Das ist Hanna. Hanna ist eine ganz tolle Frau. Deshalb hat sie auch eine Waschmaschine geschenkt bekommen. Jedoch keine Ahnung, was damit anzufangen ist. Das ist Herr Meier. Herr Meier ist der freundliche Vertreter und wird Hanna helfen, die Waschmaschine richtig zu gebrauchen. Und das, das ist die Gebrauchsanweisung. Dort findet man alle Informationen, wie die Waschmaschine funktioniert. Doch Hanna ist genervt. Hanna hat für Erklärung keine Zeit. Denn Hanna telefoniert gerade. Und das ist sowieso wichtiger. Herr Meier versucht sein Bestes und weist Hanna nochmals auf die Gebrauchsanweisung hin. Hanna hat keine Lust auf Herrn Meier und schmeißt ihn raus. Hanna braucht keinen Herrn Meier. Hanna braucht keinen Herrn Schmidt. Und keinen Herrn Müller. Hanna braucht niemanden. Hanna braucht erst recht keine Gebrauchsanweisung. Denn Hanna weiß, was sie tut. Hanna hat eigentlich gar keine Ahnung. Hanna weiß nicht einmal, was sie da für eine Maschine vor sich hat. Sie probiert alles aus, um herauszufinden, für was dieses Ding gut sein soll. Aber Hanna hat immer tolle Ideen. All die tollen Einfälle bringen diese Maschine jedoch nicht zum Laufen. Hanna ist verzweifelt und braucht dringend Hilfe. Aber Hanna hat ja auch Freunde. Die wissen sicher, was zu tun ist. Das ist Hannas Freundin. Hannas Freundin hat voll den Durchblick. Sie kennt sich aus, wenn eine Maschine den Geist aufgibt. Denn Hannas Freundin hat schon viel gelesen. Alles, bis auf die Gebrauchsanweisung. Aber Hannas Freundin weiß, was sie tut. Hannas Freundin hat noch weniger Ahnung. Hanna ist verzweifelt und braucht dringend Hilfe. Hanna überlegt. Und erinnert sich wieder an den netten Vertreter, Herrn Meier. Ihr geht ein Licht auf. Jetzt sieht sie die Gebrauchsanweisung und weiß, warum sie diese so nötig hat. Hanna erkennt, das ist eine Waschmaschine. Hanna hat's jetzt verstanden. Du auch? Wie sieht's bei dir aus? Weißt du auch immer alles besser im Leben? Hast alles ausprobiert, viel gelesen, aber nichts funktioniert? Dann versuch's doch jetzt mal mit der Gebrauchsanweisung für dein Leben.